Yo Leute, herzlich willkommen zur 22. Folge Minecraft Titan. Wir waren mit Sinus. Hi, was ist das? Na, und ich würde sagen, wir joinen in 3, 2, 1 auf dem Server. So, es sind vier Leute auf dem Server, denn wir wollen jetzt fighten. Nein, nein, Spaß. Spaß, sind vier Leute drauf? Du bist noch nicht mal drauf bei mir. Ja, jetzt bin ich drauf. Hi. Eben waren auf jeden Fall vier Leute drauf. Aber nee, Spaß, wir wollen weiterhin fighten. Äh, Quatsch, das laber ich. Wir wollen weiter meiden. Okay. Kommst du auf meine Stufe, auf meine Ebene? Ja, ich muss dich ganz kurz suchen. Ich fand das eigentlich ganz... Also, ich bin hier. So, warte, ich such dich ganz kurz. Ja, hier drüben direkt. So, okay, die beiden sind noch auf dem Server. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass die uns entdecken. Warte mal ganz kurz. Nee. Wo bist du? Siehst du mich? Hier. Ich hin-sneake doch. Hier, mein Freund. Ich seh dich. Okay, ich seh dich nicht. Warte, du bist hier nicht rein. Jetzt hör ich dich. Ah, hier bist du. Ah, ich hab den Weg gar nicht gesehen. Okay, ich mach's ganz kurz mit meinem Wasser. Okay, sehr gut. Dann komm mal hier hin. Und dann am besten schon ein bisschen sneaken. Nicht, wenn die uns auf einmal sehen. Das spielt ja keine Rolle, ob wir sneaken oder nicht. Ich würde sagen, wir machen uns heute in der Folge Full-Titan. Das ist das große Ziel. Ja, wir haben ja schon einiges in der letzten Folge gefarmt, ne? Auf jeden Fall. Ich hatte mal wieder Farm-Glück, auf jeden Fall. Nach langer, langer Zeit nicht. Es ist nicht mehr weit. Es ist mega geil. Weil eigentlich hatten wir ja so vor, yo, keine Ahnung, wir probieren es ja bitte ohne Full-Titan. Aber inzwischen haben einfach alle Full-Titan, ne? Ja. Und da müssen wir natürlich mithalten, so wie immer. Deswegen sind die auch schon... Ich muss kurz live in der Aufnahme meinen Katze aus dem Zimmer lassen. Ich bin gleich wieder da. Oh Mann, Leute, dafür hab ich eine nice Nachricht für euch. Ich hab Diamanten. Ja, Leute, auch an Sinus-Zuschauer. Zwei Stück schon. Drei, vier, fünf, sechs Diamanten. Alter, mega nice. Dann können wir auf jeden Fall nochmal ein paar Diamanten-Äpfel, denke ich, machen. Mega, mega geil. Ich bin gespannt, was du mir dazu sagt. So, bin schon wieder da. Yo, Sinus, ich hab grad Diamanten gefunden, sechs Stück. Echt? Ja. Voll gut für dir, Äpfel, ne? Ja, voll gut, echt voll gut. Das Ding, ich find, das ist die perfekte Höhe, die ich hier gemacht hab. Welche Höhe bist du gerade? Ich weiß es gar nicht, soll ich mal gucken kurz? Ja, guck mal. Zehn. Zehn, okay. Okay, das merkt mir für die Zukunft. Äh, tief meine ich. Ja, eigentlich tiefer, als wir sonst meinen. Aber ist ganz gut. Besser als auf Stufe drei. Ja. Oh, verdammt, meine Spitzhack ist auch gleich kaputt. Muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sie gleich kaputt geht, wenn ich irgendwie was gefunden hab. Aber du hast ja, warte, hast du eine eigene Spitzhacke, ne? Mhm, Eisen. Ah, du, du Strip meinst hier hinter mir? Ja. Okay, dann meine ich hier einfach gerade weiter. Aber ich, ja, ich bin eh erst gleich da. Du kannst dir ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Okay. So, warte. Ah, nee, das muss ich machen. Ich kann nicht einfach einen, äh, so einen Strip. Nochmal Dias. Ja. Alter, nice. Ich glaub, die, die Höhe ist echt perfekt. Na gut, ja, wir können doch einfach grad nur Glück haben, würd ich sagen. Also. Echt? Glaubst du? Echt? Ja, ich denke. Ich glaub, das ist alles, das ist alles gewollt. Ich würd das alles können. Ach so. Ich weiß gar nicht, was du da jetzt gerade erzählst. Hast du dir extra einen, dass du dir erzählst? Warte, ganz kurz, sei mal kurz still. Ah, du bist da mein. Ich hab die ganze Zeit so Paras. Alter. Wenn jemand da mein ist. Denkst du, dass hier Freaks und Julia hinter uns sind, oder was? Auf einmal so. Das wär mega krass. So, hier ist ganz viel Eisen. Vielleicht verwirkt sich dahinter irgendwo Titan. Titan brauchen wir, ne? Titan haben wir, also ich hab jetzt 17 Dears und 13 Titan im Inventar. Ich glaub, wir sind Titan. Ich hab drei Titan und elf Dears. Ich geh mal in eine andere Ader einfach rein. Ach, hier hast du die Dias gefunden. Ich brauch ja nur noch Hose und du auch, ne? Ja, genau. Können wir die jetzt schon machen? Ja, können wir schon machen. What? Aber wir könnten halt noch vielleicht was Besseres nochmal dazu machen, wenn wir noch ein bisschen meinen. Vielleicht können wir unsere Chestplate sogar noch verbessern. Ja. Oder sowas, weil viele haben ja jetzt getötet. Das Ding ist, was ich mir überlegt habe. Finden wir wohl noch Neterwarzen irgendwo in irgendeinem Haus? Puh. Also Leute, an euch Zuschauer, falls irgendjemand noch eine Ahnung hat, wo vielleicht Neterwarzen sein könnten. Vielleicht hat ja irgendjemand die in der Kiste übersehen oder so oder einfach da gelassen, weil sie nicht brauchten. Könnt ihr Bescheid geben, weil wäre ganz geil, ne? Wenn wir noch so ein paar Päuschenschwerder machen könnten. Auf jeden Fall. Aber die Äpfel können wir auf jeden Fall jetzt auch ein paar machen. Jetzt nochmal ein paar Dias gefunden. Wie viele hast du gefunden? Zwei, drei Stück? Äh, vier. Oh, vier. Nice. Also ein, die Äpfel. Das Ding ist, ähm, hast du, ich habe noch gar keine Äpfel im Inventar, ne? Also eigentlich ziemlich gefährlich aktuell. Ja, ich habe halt noch sechs Äpfel. Noch sechs nur noch? Also nein, nein, nein. Ich habe sechs normale Äpfel und neun Goldäpfel. What the fuck? Ja, Mann. Das ist richtig geil. Wir müssen gucken, dass wir beide so zehn Goldäpfel haben. Oder vielleicht, ja, keine Ahnung, mal gucken. Wir können ja, das ist ja nächste Folge noch da. Ja, das ist nämlich, ah, schon wieder Dias. Leute, was läuft? What the fuck? Hier ist echt perfekt. Nur Dias? Wirklich krass. Wie viele hast du jetzt insgesamt? Ich sag's dir gleich. Hier muss ich nochmal gucken, Alter. Hier sind so viele Ärzte. 29. 29 Dias? What the fuck? Das ist eine Diamantenrüstung und die hast du in zwei Folgen gefarmt. Oh, hast du gegessen? Okay, ja. Ja, alles gut. Ich bin so Paran. Oh, hier ist ein Lavasip. Vielleicht ist hier was. Vielleicht sind hier irgendwie noch Titanerze oder Diamanten wieder. Okay, pass auf. Das ist voll groß. Okay, ich lass ein bisschen Wasser runter. Ja, warte mal. Nee, hier ist aber nix. Aber ich grab hier einfach ein bisschen rum, okay? Vielleicht ist hier irgendwo was. Wäre natürlich ziemlich nice. Besonders halt Lavaquellen, ne? Ist ja öfters was. Äh, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Ähm. Titaner hat echt noch gut, ne? Ist ja so cool, wenn die Hälfte davon irgendwie Titan gewesen wäre, ne? Bei dir ist es halt auch wichtig für die Titanrüstung, ne? Darf man ja nicht vergessen. Ja, genau. Aber, äh, für, für, für die Äpfel sind die halt auch mega nice. Okay. Wäre gut, wenn wir noch ein bisschen Titan finden. Alter, ziehen. Das wäre sicher safe. Wir haben gerade mal sechs Minuten verbraucht. Das ist so krass. Ich sag ja. Und schon so viel gefunden in sechs Minuten. Titan. Titan, oh Gott. Direkt bei dir übrigens. Digga, wo, wo? Guck mal, ich habe einen Sneak. Warte, was? Ja, gut, dass du nochmal da warst. Über dir. Oh, oh. Mein, mein Titan hier. Siehst du es? Lol. Wie geil, ne? Minus und Sinus an einer A da. Hey, das ist so heftig. Wie viele hast du jetzt? Vier Stück. Ich habe 20. Oh, yo, Alter. Okay, ja, das sind, warte mal. Da könnten wir schon mal drei Hosen prinzipiell machen. Oder zwei Hosen und einen Brustharnisch. Wir werden mal gucken, also wir werden vielleicht, also Schwerter würde ich jetzt nicht hochentschaden. Ne. Ja, besonders, weil es halt auch die Greatsorts sind, ne? Mhm. Obwohl, wir haben ja noch kleines Schwerter und du könntest eigentlich das Greatsword nehmen und ich das Kleine, oder nicht? Ne. Wenn das Kleine stark ist? Gerne. Aber sonst? Ne, nur mit Tränke ist das eigentlich ziemlich stark. Ja. Müssen auch passen, dass wir sich reinschubsen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Alter, wie lang geht dieser Lava? Der hört gar nicht auf. Meine Spitze ist gleich kaputt. Wäre jetzt nice, wenn ich mich so ein bisschen kleiner machen könnte. So ein bisschen, so ein bisschen sneaken. Ich habe mich instant wieder auf Ebene 10 gemacht. Ist das so die Secret-Ebene hier, um Sachen zu farmen? Also das ist ja wohl definitiv besser als 3. Als 3. Als 3. Mann, der Lavazir geht immer weiter, ne? Echt? Der ist immer noch hier. Auch mit ganz viel Obsidian und so. Als wäre ich schon jemand gewesen. Aber ne, hier ist halt nirgendwo. Doch, hier war schon mal jemand. Hier ist ein Workbench. Und ganz... Was? Hier sind ganz viele Fackeln. Okay, dann machen wir es auf jeden Fall nicht mehr. Ich gehe einfach mal hier wieder weg. Ich distanziere mich davon. Würde ich auch. Aber es gab ein bisschen Angst vor. Mein Spitzacker hat noch... Keine Ahnung, wie geht das F3 und H? Hat noch 43 Blöcke, mit der ich abholen kann. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ne, nicht wirklich. Mal einfach noch ein paar Gang und dann gucken wir mal. Vielleicht noch ein bisschen Titan zum Abschluss. Wäre ganz nice. So, ja, dann würde ich sagen... Hast du die Workbench hier gemacht? Ja, das war ich. Okay, gut. Ich musste wieder Pickaxe machen. Ja, aber dann würde ich sagen, können wir prinzipiell gleich auch schon anfangen mit dem Craften, ne? Ja, ich würde sagen, noch einmal Titan. Noch einmal Titan willst du finden? Gold habe ich noch gefunden, was auch sehr gut ist. Ja, wobei, da haben wir auch noch relativ viel... Wobei, ich habe hier so viele Gold... Oh, Titan! Zinus, du hast dich einen Block daneben vorbeigegraben. Guck dir das an. Echt? Ja. Eins. Ey, wie gut wir heute... Zwei. Okay, okay, Zinus, hol dir den Rest zwei. Ich habe keinen Spitzhacken mehr. Das sind auf jeden Fall mindestens noch zwei. Alter, komm, bitte mehr, bitte mehr. Oh, drei schon mal. Holy Moly. Leute, es ist so nice. Ist da noch einer, ne, ne? Ne, das ist noch Eisen. Aber da sieht man mal wieder... Ich meine, an wie viel Sachen haben wir uns wohl schon vorbeigebuddelt, mal im Ernst? Ey, am Anfang, ne, der Staffel, wie krass wir wohl da verkackt haben teilweise. Ich, ja, du nicht. Ich möchte teilweise gar nicht wissen, an was wir uns alles vorbeigebuddelt haben. Auch heute wieder. Weißt du, ich wette, wir haben trotzdem an Dias und so vorbeigebuddelt. Ja, klar, aber wir haben auch so viel gefunden, also das jetzt... Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich cool, wenn man es alles findet, aber es reicht, was wir haben, sagen wir so. Bah, ich bin super happy. Oh man, Zinos, das ist unglaublich. Hab dich reingeholt und wir sind noch so gut dabei. Ja, eigentlich... Als wäre nichts passiert, jetzt ohne Scheiß. Ja, wir sind sogar fast besser als vorher. Zwei Folgen danach, fast bessere Sachen. Ja, ist doch eigentlich schon besser. Ich meine, wenn wir unsere ganze Rüstung geupgradet haben. Fünf Herzen plus gleich. Wollen wir... Ich gehe mal eine Stufe höher, weil da hatten wir eben noch Titan gefunden. Nein, nein, nein. Es war aber schon die Stufe, wo man es auch gefunden hätte. Sicher? Ja, ja. Ganz klar. Okay. Ja, wie wäre es, wenn du... Wenn ich eine Stufe höher gehe und du gehst die... Also du bleibst die... Wollen wir... Soll ich mal jetzt anfangen zu craften hier? Ja, mach mal ruhig. Dann mach hier dein Ding. Ich brauche hier noch ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich noch irgendwas. So. Das wäre natürlich nochmal heftig jetzt. Aber ich denke nicht. Wir haben jetzt so viel Glück bis jetzt gehabt. Oh, ich habe eine kleine... What? Guck dir das mal an. Das ist eine Mini-Höhle, die ich gerade entdeckt habe. Wir brauchen noch Obsidian, ne? Ja, habe ich noch. Hast du doch noch? Ja, aber nur acht Stück. Ah, verdammt. Wie viel brauchen wir denn? 16. Ja, keine Ahnung. Du hast doch vorhin einen Lavasee gefunden, ne? Ja, ja. Der ist ganz hinten da einfach. Also wenn du kurz da hinten läst. Dann brauchen wir eine Diastellte. Hast du noch eine... Hast du keine mehr? Nee. Meine ist kaputt gegangen. Okay, dann mache ich mir kurz eine. Willst du sie kurz abbauen? Ja, kann ich mein Ding machen. Dann craftest du... Nee, okay. Dann kannst du den Anfang craften, sagst du so. Okay, das brauchen wir nicht. Die werden in 30 Sekunden gekickt. Schon mal gut. Und wir könnten unsere Bögen, glaube ich, noch ein bisschen verbessern, wa? Also ich habe super wenig Level leider nur. Ich habe nur noch ein Level. Aber ansonsten... Siebzehn. Gibst du mir schnell die Spitzhacke? Ja, hier. Dankeschön. Da ist noch die Eisen, falls du die haben willst. Oh, das ist hier eingesammelt. Genau. War es die Dier? Ja. Ah ja, die Dier habe ich eingesammelt. Hä? Jetzt hast du mir wieder die Eisen gegeben. Egal. Jetzt liegen hier noch zwei Eisenpicken, falls du brauchst. Puh, Leute. Die haben uns nicht gesniped. Sie haben sich gefunden. Wir sind gut dabei. Theoretisch könnte man uns gerade finden. Weil die Folge gerade online gekommen ist. Nee, da hatte ich den Fight noch gar nicht. Hast du... Hast du... Hast du ein Dings? Ah, ich habe einen Enchanter gefunden. Oh nein, da unten ist direkt Lava. Protection 2 direkt auf die Hose. Oh. Läuft, Digga. Jo, die kriege ich, oder? Dafür denke ich... Ich habe... Bitte, Zinus. Ja, ich mache seine auch direkt. Ja, das wäre natürlich nice. Ich habe selber noch neun Level. Können wir gucken. Ich mache deine jetzt gerade. Einen bekommen. Ach, du machst die jetzt direkt schon? Hast du doch genug, oder wie? Ja, ja. Aber wir wollen ja noch mehr machen. Auch Protection 2 für dich. Oh, yo. Alter, Leute. Wir sind Full Titan. Ja, Mann. Wir sind Full Titan. Pimp Extraherzen. Die Frage ist... Einfach geil. Ohne Witz. Schatten ist drei, habe ich, ne? Ja. Das Doof ist halt, dass die auf dem Haar nicht nur Protection 1 gemacht haben, ne? Hätten die Protection 2 gemacht, wäre halt richtig gut gewesen. Ja, die haben wahrscheinlich einfach gar nicht gewartet, sondern einfach direkt, weißt du, Enchanted. Hm. Denk ich auch. Ey, ich bin so happy, ne? Das ist... Ich bin auch richtig happy. Wie brauchen wir noch Gold? Habe ich eben schon abgebaut, ich weiß nicht. Ich habe noch ein bisschen was am Brennen. Ja, passt. Wir müssen ja noch Goldäpfel und Diaäpfel machen, ne? Ja. Ja, nee, und die Sache ist ja, ganz viele hatten jetzt auch in die Kommentare geschrieben, weil gerade kam die Folge online, wo ich sozusagen die erste Folge ohne Zinus hatte, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, und da haben ganz viele in die Kommentare geschrieben, komm, geh farben, geh farben, geh farben. Und ich denke mal, das wollt ihr immer noch so. Wenn ich allein fahren gehen soll, dann ist ja auch besser, wenn wir dann sogar zu zweit fahren gehen können, und ja. Auf jeden Fall. Also ich denke, ganz ehrlich, also gegen die OP-Schwerter wird es ziemlich schwer, muss ich sagen. Also wir müssen halt, wenn wir noch, wenn wir jetzt ernsthaft noch Nederwarzen finden würden, das, dann würde ich uns sogar wieder vorne mitzählen, ja? Wir hätten wirklich von Anfang an daran denken müssen, ne? Mhm. Die brauchen wir für diese Eintränke, ne? Für diese, wie heißen die, Seltsamtränke? Oh ja, hast du noch Karotten? Ähm, gut, dass du es ansprichst. Nein. Alle aufgegessen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Denkst du dort, wo Dings war, Klim und so, gibt es noch Karotten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht. Weil ich hatte halt alle wirklich mitgenommen, ne? Das ist jetzt ziemlich doof, dass wir das gemacht haben. Weil wir brauchen die goldenen Karotten, ne? Für diese Nachtsichtlinge. Ich habe hier nochmal eine Workbench gefunden mit irgendwas. Ähm. Ja, toll. Vielleicht finden wir noch irgendwo welche. Oder habe ich irgendwelche? Ne, ich sehe sie nicht. Wir gucken dann alle Taschen nach, irgendwie. Ja. Okay, so, ich komme. Ähm. Wo liegt die Hose? Wie viele hast du? Ich habe insgesamt sechs, äh, acht genommen. Okay, sehr gut. Hier. So. Hose. Dankeschön. Werfen wir mal kurz deinen Titan noch zu. Äh, so, bitteschön. Also, was machen wir jetzt noch? Du hast ja ein Sharpness-3-Schwert. Ich habe auch ein Sharpness-3-Schwert. Wir haben alles Prod 2. Ich habe nur ein Prod 1-Helm. Okay. Ja, gut. Äh, warte mal. Wie viel können... Also, was könnten wir jetzt noch alles machen? Wie viel... Wir könnten noch zwei Protection, zwei Harnische machen. Wie jetzt? Wie viele Titan-Questions haben wir noch? Beziehungsweise Titan, was wir verwenden können. Äh, neun. Neun. Nein, stimmt nicht. Ne, ne. Wir können nur insgesamt neun Engels machen. Ja, eben. Also, könnten wir einen Harnisch draus machen. Mhm. Oder wir könnten auch einmal einen Helm und einmal Schuhe machen. Ja. Das wäre das Beste, oder? Ja. Wollen wir das so machen? Wie viel verbraucht ein Schwert? Warte, das verbraucht... Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, oder? Ja. Sechs, ne? Aber bringt uns ja nicht. Wir können es ja nicht. Wir haben ja nur auf Sharpness... Ja, stimmt. Ja, das brauchen wir dann noch. Okay, ja. Dann lass uns einen Helm und einen Schuh machen. Dann nehme ich die Prod 3-Schuhe. Ah, ne. Können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Wir brauchen dazu mehr Titan Crystals. Aber wenn wir neun haben, das reicht doch. Ja, wir müssen ja... Wir müssen ja neun von beiden machen, oder? Hä? Neun von beiden? Einen Helm und einmal Schuhe. Und wie viele Engels brauchen wir dazu? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe noch nie diese Titan-Restung gemacht. Ich denke mal neun. Ich glaube, das reicht. Bei den Helm braucht fünf. Gib mir mal kurz Obsidian. Ich habe es nicht aufgesammelt. Achso, ich habe es auch gar nicht gegeben. So. Hier, bitteschön. Such nochmal Titan, bitte. Dann haben wir genug für alles. Okay, ja. Wenn ich es finde. Ich denke mal nicht. Aber wir können ja probieren. Aber für nen Helm und für Schuhe müsste es doch reichen, oder nicht? Ich glaube nicht. Wie viel Titan, Inge, brauchst du denn alleine, um nen Helm zu machen? Fünf, oder? Ja, genau. Ja, und für Schuhe vier. Genau. Ich mache jetzt sozusagen die Schuhe. Ja, es reicht nicht nur für nen Helm. Warum nicht? Für beide. Achso, ja, für beide nicht. Ich meine ja auch einmal Schuhe und einmal nen Helm. Den Helm für dich und die Schuhe für mich. Okay, ja, dann reicht das. Ah, sorry. Ich dachte immer so, hä, wieso meinst du so übertrieben viel? Also das wäre ja mega knapp. Ja, nee, ich habe ja auch deswegen die ganze Zeit gesagt, ja, es sind ja neun Stück. Ah, jetzt verstehe ich dich. Okay, Schuhe habe ich gemacht. Okay. Wenn du zu mir kommst, kann ich dir auch gleich deine Schuhe geben. Ja, gib dir einfach ein Safe Inventor. Da ist noch Platz. Zwei Stück. Perfekt. Oh, das wäre so nice, wenn ich jetzt noch Titan verlieren würde. Ich gebe dir noch Gold, dann kannst du hier Goldäpfel machen kommen, wenn du willst. Okay. Ja, gut, dann mache ich das einfach mal schnell. Wobei, wenn ich doch... Soll ich jetzt noch Titan suchen oder nicht? Nein. Ah, ProDeal Protection 3. Kannst du mal kurz meinen Helm anschauen? Ja, warte, das ist jetzt ein bisschen knapp hier alles, ne? Gib schnell her. Warte mal. Ach, Titan boots sind gar nicht Enchanted, ne? Ne, lass es in der nächsten Folge machen, weil 30 Sekunden ist das ein bisschen knapp. Ist hier ein Ofen? Ja, warte, warte, warte. Ich mache... Ich baue nach. Na gut, wenn du den auch sammeln kannst. Okay. Enchanter brauchen wir. Ähm, ja, nimm den. Habe ich sonst keinen. Warte, was können wir jetzt hier noch machen? Ja, eigentlich nichts, ne? Ich baue hier mal ganz kurz ein bisschen zu. Hast du noch Rohs, Gold? Haben wir das im Backpack vielleicht? Ah, hier, Goldbarren, okay. Ich habe noch mega viel... Ich habe es reingemacht, glaube ich, oder? Alles, was ich hatte. Ich glaube, wir haben sogar noch Gold drin im Backpack. Leute, es läuft einfach mega, mega krass wie ein Full Titan, obwohl Sinus rausgeflogen ist. Ich würde sagen, das verdient ein Like auf beiden Folgen. Guckt auf jeden Fall bei Sinus vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der 23. Folge schon, ey. Gut, bis morgen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.